Musik Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zu meinem neuen Let's Play von Ark Survival Evolved. Ja, das ist mein erstes Survival Game. Insel gestrandet. Völlig allein mit nichts. Man sieht, ich gucke gerade mal. Okay, mit R2 kann man schlagen. Mit R1 auch. Okay. Gut, so können wir hüpfen. Was ist das? Pfeife alle Folgen. Nicht bereit zum Kacken. Was ist das denn? Nicht bereit zum Kacken. Das ist ein Mänker. Okay. Ich verstehe. Wir sind also nicht bereit zum Kacken. Hinzugefügt Stein. Oh, ich habe einen Stein genommen. Also kann ich auf Dreieck looten. Oder? Hinzugefügt Stein. Aber der nimmt nichts. Okay. Nicht so das klassische Loot-System. Ah, jetzt hat er was genommen. Okay, es ist ja natürlich klar. Wir sind hier auf dieser Insel gestrandet. Aufpassen, Dinos müssen um unser Überleben kämpfen. Ein Unterschlupf bauen, essen, trinken, schlafen. All dieser ganze Spürkes. Natürlich ist mir jetzt nicht so klar, wie schwierig das wird. Wir sammeln einfach mal alles ein. Vielleicht können wir ja dann wirklich irgendwas cooles bauen. So. Okay. Wir müssen bauen. Au. Au. Arsch. Okay, dafür kriegen wir Holz und Stroh. Ah, ist schon ein harter Typ, ey. Neuer Level, verfügbar zur Anwendung, Inventaröffner. Komm, wir hauen jetzt diesen Baum kaputt, oder? Das müsste doch gehen. Arsch. Arsch. Zwei. Zack, 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 zack. Aha. Jetzt haben wir den Baum gefällt. Gut. Äh. Der ist freundlich. Ach du Scheiße. Was ist denn los hier? Sehr freundliche Tiere. So. Hauptmenü fortsetzen? Nein. Also. Muss ich jetzt mal gucken, wie ich ins Menü komme. Äh. Das hatten wir schon. Okay. Da holt er eine Karte raus. Was sind das für Sachen? Stamm, Stamm von Kato. Nö. Steuerkreuz vielleicht. Nein, auch nicht. Ich bin, ähm. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber gut. Ich bin im Inventar. Das sollten wir ja auch hin. Ordneransicht. Neuer Ordner. Ähm. Jo. Jo. Level 1. Da steht ein neuer Level. Mhm. Wie gesagt, ich habe wirklich keinen Plan. Gesundheit. Was haben wir denn hier? N-Gramme. Notiz. Stein, Spitzhacke. Fackel. Die Fackel ist natürlich gut fürs Dunkle. Wollte ich mal behaupten. So. Die Sachen können wir noch nicht lernen. Dafür brauchen wir einmal Holz, einmal Stein, zehnmal Stroh. Haben wir das denn? Oder haben wir das nicht? Äh. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber da wir nicht bauen können, würde ich mal vermuten, nein. So. Jetzt müssen wir nochmal rausfinden. Hier habe ich das Inventar geöffnet. Das ist die alles entscheidende Frage. Okay, da ist die Karte. Das ist uninteressant. Okay. Da können wir also kriechen. Mhm. Jo. Ist jetzt so eine Frage. Wer hätte gedacht, dass es schon ein Problem ist, ins Inventarmenü zu gelangen. Gerade eben Hammert ja auch irgendwie geschafft. Okay. Die Karte. Oh Gott, hier drückt. Ich sehe es nicht. Viereck, Dreieck, Weiß, X. Hm. Okay. Wir sind wieder drin. Also. Was haben wir denn? Wir haben 15 Steine. 4 mal Holz. Und 21 mal Rohstoff. Das heißt, glaube ich, uns fehlt noch ein bisschen Holz. Dann gehen wir doch mal hier zu dem Baum. Und verprügeln den. Das muss doch wehtun, oder? Mein lieber Mann. Ich glaube, wir haben jetzt gleich genug zusammen. So. Okay. Also. Was habe ich eben gedrückt? Kreis. X-Kreis. Vielleicht muss ich ja beide zusammendrücken. Müssen wir gleich mal gucken. Ähm. Ja. Was habe ich eben gemacht? Ich bin nicht auf Gesundheit gegangen. Füße, Beine. Hm. Tja. Wie man sieht, bin ich schon mit dem Menü überfordert. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich Übungssache. Ah. Herstellung. Ah, okay. So. Und dafür haben wir hier noch. Wie würde ich sagen? Dann bauen wir das. Baut er das jetzt? Macht er auch irgendwas? So. Eine große Steinspitzhacke. Das haben wir jetzt schon mal. Also theoretisch. Müsste ich jetzt auf Inventar. Spitzhacke. Und dann legen wir die auf. Geht das so? Fallen lassen ausrüsten R2. Ist die jetzt ausgerüstet? Tatsache. Okay. Stein kann man es schon mal nicht hauen. Das geht natürlich schon wesentlich besser. Boah. Er hat ja richtig rein, ey. Mein Liebermann. Steine. Und dann benutze deine Hände oder eine Fackel, um diese Rohstoffe zu sammeln. Um Steine? Hill? Eine Fackel? Wovon reden die zum Teufel? Ja, Level verfügbar. Ja, mega. So. Gucken wir mal. Herstellung. Herstellung. Okay, für die Fackel brauchen wir noch einen Feuerstein. Und für die Herstellung von dem Bauplan noch Fasern. Okay. Also. Müssen wir noch irgendwas suchen. Durch die Frage Fasern. Ist das irgendwie aus Sträuchern vielleicht? Kann ich irgendwie... Muss ich das mal über Inventar machen? Oder gibt es da eine Quick-Taste? Weil Steine kann ich ja scheinbar nicht sammeln, wenn ich die Spitzhacke in der Hand habe. Das ist natürlich irgendwie doof. Feuerstein. Das hört sich doch sehr gut an. Wir hatten direkt mal ein paar Dinger weg, damit wir was auf Lager haben. Wir werden jetzt nur noch irgendwas finden für Fasern, damit wir auch diesen Bauplan erstellen können. Das Gute scheint ja schon mal zu sein, dass die Dinos, die hier rumrennen, nicht so aggro sind. Zumindest die ersten. Wer weiß, was uns da erwartet. Wie gesagt, ich hab echt keinen Plan vom Game. Das ist ja gerade das Schöne. Das ist ja gerade das Schöne. Dann schauen wir direkt mal. Herstellung. Fackel. So, hergestellt. So, natürlich nichts in der Sache. Fackel. Ausrüsten. Okay, wir haben scheinbar immer nur eins. So. War das jetzt irgendein Gestrup richtig? Meißam und Fasern. Okay. So, wir müssten... Ja, das ergibt natürlich Sinn. Aber dass die Hacke beide Hände brauchen. Wir sammeln jetzt einfach mal alles rein. Bären sind immer gut. Die können wir bestimmt essen. Wo essen? Müssen wir auch mal gucken. Was unser kleiner Mann so braucht hier. Und wo man das sieht. Gesundheit, Ausdauer, Sauerstoff, Nahrung. Oh, Nahrung ist schon abgefallen. Ich glaube, wir müssen was essen. Handwerkliches Geschick. Ich würde sagen, wir gehen auf... So. Hier komme ich in Grammar rein. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Gar noch mehr. Steinaxt. Speer. Stoffhose. Jetzt geht der rabbetet ab. Okay. Stimmt, Klamotten brauchen wir ja logischerweise auch. Wir sind ja nur in Unterbutz. So, gucken wir mal. Bären. Verbrauchen fallen lassen. Halbieren. Reines abteilen. Verbrauchen. Gucken wir mal. Da steigt Nahrungsherde. Aber natürlich nicht besonders viel. Tja. Wir haben jetzt alle Bären gefuttert. Und der hat immer noch Hunger. Das ist ja mal ein Ding. Verfressende Sau. So. Dann schauen wir mal weiter. Dann sammeln wir am besten, oder? Noch ein paar Bären. Was jetzt? Was ist jetzt? Ich habe irgendwie vergiftete Bären gegessen oder sowas. Kann das sein? Bin ich jetzt tot? Hallo. Hat der sich wiederholt? Was ist denn jetzt hier, ey? Ist der müde? Schläft der? Ne. Was war das jetzt? Ich glaube, der will Fleisch. Was meinst du? Wir kriegen so ein Dino. Oh, nee. Dafür brauchen wir bestimmt den Speer. Oh, den können wir doch jetzt bauen. Ja, mal gucken. So. Ingramm-Baus-Sperr. Sehr schön. Gucken wir mal, ob wir das mal was zu futtern kriegen. Was ist denn jetzt nicht ausgerustet? Ich glaube, der ist jetzt nicht ausgerustet. Ich glaube, der ist ein großer Dino, oder? Kriegen wir den besiegt? Ja, puh. Ja, puh. Level 4. Ich versuche es hier auf den Zack. Schreib hier. Ich will Steak. Dino braten. Hier geblieben. Ist doch ein Mist. Tut mir irgendwie sehr leid für dich. Ich mag dich eigentlich, aber ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Du Kacke. Der will auch nicht, ne? Was ist mit dir? Zack. Musst du dich sammeln? Ich habe einen Fisch gefangen. Ist das geil. So. Und nun? Körper ziehen. Ähm. Ja. Vielleicht ein Lagerfeuer. Das hat eine Möglichkeit. Komm, wir machen das mal. Vielleicht können wir den Fischer braten. Das wäre ein logisches Spiel eigentlich, ne? Also das muss gehen. So. Noch einmal rennen ins Menü. Lagerfeuer. Platzieren. Fallen lassen. Platzieren. Ja, nun? Ähm. 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 Ja. Inventar öffnen. Lagerfeuer. Eigentümer. Stamm von Cato. Halten für mehr Optionen. Ähm. Brauchen wir jetzt einen Feuerstein. Vielleicht. Hm. Fackel. Na klar, die Fackel. Wo ist denn die Fackel aus? Wieso bräunnt das denn nicht? Mal ziehen. Hm. Okay, wenn wir den Windidiot draufklappen, kriegen wir den Fisch. Aha. So. Inventar öffnen. Können wir den Fisch jetzt braten? Vielleicht? Verbrauchen. Fallen lassen. Halt Bienen. Tja. Das ist richtig blickig. Nicht durch, wie man merkt. So. Wir haben wieder einen verfügbaren Punkt. Dann stecken wir jetzt mal einen Ausdauer. Wasserschlauch. Ach, trinken. Trinken müssen wir ja auch. Ja klar. Stoffhandschuhe. Und vielleicht auch mal Klamotten herstellen. Wer weiß, wie kalt es hier wird. Ähm. Ja. Schauen wir nochmal. So. Dafür brauchen wir Leder für den Wasserbeutel. Für die Klamotten. Für die Klamotten brauchen wir nur Fasern. Okay, dann gehen wir mal Fasern sammeln. Stein. Wir brauchen Fasern. Wir brauchen viele Fasern. Fasern sind gut. Wir brauchen viele Fasern. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir Leder her? Aus Tieren vielleicht? Okay. Wir brauchen ja noch ein bisschen Dino erlegen. So. so, gucken wir mal kriegen wir jetzt eine Hose ist doch schon mal super wir stellen uns eine Hose her dann noch ein Hemd geht voran, geht voran oh, der hat auf jeden Fall Gewicht hat er verloren Nahrung sinkt ein bisschen okay würde ich sagen ausrüsten zack, zack dann sehen wir da schon mal ein bisschen besser aus dann nehmen wir uns den Speer und gehen nochmal eine Runde jagen jetzt werden wir ein bisschen Fleisch auf Reserve haben oh, was ist böse hier was bist du denn was hat er mir geklaut so schnell kann ich gar nicht gucken Papier, du kleine Zecke du hast gekackt ich hab gekackt ah, kleine Schweinchen hier da hat er schon was ist das ich glaube, wir müssen mal auftauchen ein bisschen Luft ähm steht hier muss ich skippieren Inventar öffnen verfällt in 29 Sekunden Item Speicher Eigentümer Pego Mustax können wir das aufhauen durchsteckt holt sofort Luft ist natürlich nicht gut so ich glaube, das ist das was das Vieh mir geklaut hat oder wir müssen doch irgendwie auf dem Lagerfeuer das Fleisch auch ein bisschen braten können das kann doch nicht sein wo ist diese Tasche hin vorne ist so kann man die irgendwie aufhauen das kapier ich auf jeden Fall dann nicht ich gehe nur noch raus hier so Dala gibt es jetzt noch eine wo das Lagerfeuer ist verdorben okay Inventarsachen verderben auch noch das ist natürlich scheiße äh ja da haben wir natürlich nicht so viel Zeit ähm rohes Fleisch verfallszeit in 8 Minuten äh rohes Fleisch essen pfi ach dann was Salz wir essen es wir brauchen auf jeden Fall noch Wasser wir müssen irgendwo was trinken du hast Ruhe oder verdorbene so schnell kann ich das teilweise gar nicht lesen Leute okay können wir hier irgendwie trinken hier ist kalt ach ich bin echt völlig planlos wie man hier merkt so Stoffschüchen Strohhut Fundament aus Stroh okay da können wir uns wohl anfangen eine Bude zu bauen ähm ja so jetzt haben wir da Stoffhandschuhe mal hier und dann noch Stoffhandschuhe haben wir die noch gebaut ne und es fehlt Leder ich verstehe okay ziehen wir da tolle Cap hier mal direkt an ja sehen wir aus wie Räuber Hotzenplot öff es ist auf jeden Fall komplizierter als ich gedacht hätte hier ist alles voller Dinos ähm komm dann nehmen wir mal die Fackel würde ich sagen damit wir ein bisschen was sammeln können und dann nehmen wir die Spitzhacke da haben wir noch irgendwas klein hier paar Bäume Feuerstein ach so die gehen dann noch kaputt das heißt wir müssen die wahrscheinlich zwischendurch einfach mal reparieren ähm hm bauen wir uns halt eine neue wird so nett ne so so joo was ist das denn für ein Turm die Frage macht es Sinn da hin zu gehen können wir nehmen erstmal die Spitzhacke und noch ein bisschen Stroh und noch ein bisschen Stroh doch die Frage da baut man am besten so ein Lager auf hier ist kalt du solltest bald einen warmen Ort aussuchen das heißt wir brauchen ein Lagerfeuer das Problem ist natürlich dass ich hier absolut noch keinen Plan habe und wahrscheinlich meine Stelle dann nie wieder finde können wir gehen mal hier ein bisschen rein gucken vielleicht finden wir ja ein schönes Plätzchen hm 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 komm wir bauen hier mal ein Lagerfeuer das müsste dem ja helfen ja man schon wieder der falsche Knopf so hatten wir es äh da der was klaut der mir Fasern der Schweinehund diebische Elster du primitive Fackel kaputt reparieren ich glaube ich habe wieder gekackt dann brauche ich schon wieder Nahrung wie viel frisst der Typ denn das ist auch nicht normal bin ich blind wo ist das Lagerfeuer Teil Rohstoffe hm 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 vorne Stein Fackel gibt es denn hier irgendwie ne Karte oder sowas oder wie ist das einer Ist das die Karte? Das wird die Karte sein, oder wie? Jetzt soll man auch einer verstehen. Das Zeug verdirbt, reihenweise. Er nutzt ja nichts, wir brauchen ein neues Lagerfeuer, würde ich mal sagen. Mahmert hier. Dann gehen wir mal rüber. Und dann platzieren wir das. Genau hier. So, halten für mehr Optionen. Lagerfeuer abreißen, Invent öffnen. So, und was machen wir jetzt? Stein. Holz. Stroh vielleicht drauf. Der Fackel haben wir eben probiert, ging nicht. Feuerstein. Wir sind im Entenplatz getauscht. Halbieren, fallen lassen, verbrauchen. Ich kapier das nicht. Einiges abteilen. Verbrauchen, fallen lassen, halbieren. Wie kann ich das denn auf den Grill packen? Inferntro... 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 Inferntro ist vielleicht ja auch toll. Wer eins alles nehmen fallen lassen, verbrauchen. Wie zum Henker. Wie zum Henker. Tuchstruktur. Inventar. Item abwählen. Okay. Okay. Inferntro ist das, was da ist denn das? Ich bin natürlich direkt das Beste ausgesucht hier. Also nochmal. Inventar öffnen. Zack. Dann würde ich sagen, legen wir das mal auf X. Dann müsste das funktionieren. Ja. Hm. Persönlicher Besitzer Gato. Ja. Ich glaube irgendwie gar nicht. Wieso kann ich das denn auch nicht anmachen? Warum brennt es nicht? Das ist eine gute Frage. Und die werde ich versuchen beim nächsten Mal zu klären. Das ist schon das Ende vom ersten Video. Wie ihr seht, kriege ich hier überhaupt nichts auf die Kette. Also schaltet auch im nächsten Video wieder ein, wenn ihr sehen wollt, wie ich überhaupt nichts gebacken kriege. Ihr werdet wahrscheinlich euren Spaß haben, so doof wie ich mich anstelle. Bis dahin. Bye, bye.